Stehen Frauen auf Männer mit Sixpack? In diesem Video kriegst du die Antwort auf diese Frage. Mein Name ist Kumeyam Shidi und ich helfe es, Single-Männern dabei, die richtige Partnerin zu finden. Und da ist es halt nun mal so, dass jeder von uns so Männer sieht, die ein Sixpack haben, einen komplett durchdrainierten Körper haben, irgendwelche Fitnessmodels oder Bodybuilder. Und dann denkt man sich, okay, Frauen würden ja vor allem darauf stehen. Und wenn man so einen Körper hat, dann ist es ja ein Selbstläufer. Und wenn nicht, dann hat man halt massive Nachteile als Mann. Und es gibt auch Männer, die dann vielleicht gewisse Selbstzweifel haben, weil sie nicht so athletisch aussehen oder einfach Unsicherheiten und sich auf ungesunde Art und Weise mit Männern vergleichen, die Sixpacks haben. Und deswegen will ich hier in diesem Video drauf eingehen. Und zur Frage, ob Frauen auf Männer mit Sixpacks stehen, die Antwort ist nicht wirklich. Ich meine, grundsätzlich finden es Frauen schon ganz gut, wenn man Sport macht. Und dann man das auch an seinem Körper sieht, dass er einen sportlichen Körper hat. Und das finden sie auch besser, wenn man, als wenn man ein Mann, der komplett unsportlich ist. Aber die meisten Single-Männer machen zu einem gewissen Grad auch Sport. Und das Ding ist, es gibt auch Umfragen, die zeigen, und zwar deutlich zeigen, dass die meisten Frauen das Sixpack gar nicht mal so attraktiv finden und so männlich finden. Ein Sixpack geht los, wenn man einen Körperfettanteil von 12% hat und halt noch weniger. Dann hat man ein Sixpack. Aber in der Regel ist es so, dass Frauen Körperfettanteile von ca. 14% bis 20%, also die einen Ticken höher liegen als das Sixpack, viel, viel männlicher und viel natürlicher einfach finden, als so ein Typ, der komplett ripped ist, also der ein richtig, der brutal wenig Körperfett hat. Und das finden Frauen dann einfach eher unnatürlich, manche sogar ein bisschen eklig. Und die meisten finden eher den anderen Typen besser. Das ist ein Mann, der ist sportlich, dem sieht man auch an, dass er jetzt nicht komplett übergewichtig ist, aber der hat jetzt kein Sixpack oder sowas. Und das ist eher das, was Frauen gut finden. Aber warum sieht man jetzt manchmal Männer, die halt einen sehr durchtrainierten Körper haben, ins Fitnessstudio gehen und dann halt vielleicht auch Erfolg mit Frauen haben oder halt zumindest halt selbstbewusst mit Frauen reden und so. Warum sieht man das manchmal? Naja, eine Sache musst du verstehen. Ein Mann, der einen Sixpack hat oder halt auch einen sehr, sehr durchtrainierten Körper, der viel Bodybuilding gemacht hat, der hat dann einfach auch lange und hart dafür gearbeitet. Und was du verstehen musst ist, dieser Mann hat sich wahrscheinlich als Ziel gesetzt, ja, ich will diesen Körper und das hat er vielleicht nicht bewusst gedacht, aber unterbewusst hat er es mitgeschwungen und erst dann bin ich attraktiv für Frauen, wenn ich diesen Körper habe. Viele Männer finden sich erst gut genug, wenn sie irgendein bestimmtes Ziel erreicht haben, wie ein sportliches Ziel, einen guten Körper oder erste Summe X an Geld und erst wenn ich das habe, also erst wenn ich viel Status habe oder erst wenn ich einen geilen Körper habe, ja dann gebe ich mir selbst erst die Erlaubnis, dass ich mal auf Frauen zugehen kann, dass ich mal selbstlos mit Frauen reden kann, weil Frauen mich jetzt erst annehmen würden. Und das ist das, was psychologisch bei diesen Männern passiert. Also man fühlt sich ohne dieses bestimmte Ziel jetzt wie Sixpack nicht gut genug und das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein und diese Erlaubnis, dass es mal auf Frauen hinzugehen kann, die kommt halt erst dann, wenn der Mann sein Ziel erreicht hat. Und das heißt, es gibt eine Korrelation. Der Mann, der das Ziel erreicht hat, der gibt sich die Erlaubnis, aber das ist keine Kausalität. Also es ist nicht so, dass das Sixpack auf einmal ihm den Erfolg bringt, sondern er hat erst sich dann die psychologische Erlaubnis gegeben. Und das ist halt was, was viele Männer machen. Und das ist halt zum einen irgendwie menschlich, aber auf der anderen Seite auch voll dumm und halt voll der Umweg. Weil, wie gesagt, Frauen finden Sixpacks nicht mehr so besonders toll, aber in der Regel finden sie halt einen Mann, der sportlich ist und dann halt noch Selbstvertrauen hat, halt ganz gut. Und deswegen haben dann auch Männer mit Sixpack grundsätzlich Erfolg, weil sie halt denken, dass sie jetzt erst durch das Sixpack halt Frauen sie erst beachten würden. Das ist der Effekt, der dabei entsteht. Und was ich dir aber nur mitgeben will, ist, du kannst auch Erfolg bei Frauen haben und attraktiv sein, ohne dass du einen Sixpack hast oder halt massiv hart an deinem Körper arbeiten musst. Denn das, was Frauen fundamental attraktiv finden, ist ein Mann, der gut mit ihnen reden kann. Also so mit ihnen reden kann, dass sie ein aufregendes Gespräch haben, dass sie sich zu ihm hingezogen fühlen. Ein Mann, der charismat und grundsätzlich ein Mann, der gewisses Selbstvertrauen hat. Und all diese Dinge, und das muss man jetzt verstehen, die sind erlernbar. Zu lernen, gut mit Frauen zu reden, ist erlernbar. Und ist auch erlernbar, ohne sich irgendwie zu verstellen oder so. Und auch wenn du eher schüchtern bist, musst du dafür jetzt nicht irgendwie eine extrovertierte Quasselstrippe werden oder irgend so ein geselliger Typ, der sich mit jedem lockerflockig unterhält, um ein tolles Gespräch mit einer Frau zu haben. Das geht alles, ohne sich im Kern verändern zu müssen. Und das ist eher das, was der effektive Weg ist, um da mal bei einer Frau, die man wirklich gut findet, mal gute Chancen zu haben. Das Sixpack ist ein sehr, ist ein Umweg, den viele Männer wählen. Und ein langer und auch nicht so intelligenter Umweg. Denn, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, Männer, die einen sehr guten, durchtrainierten Körper haben, die haben auch, die haben überdurchschnittlich viel Erfolg mit Frauen. Aber wenn man mal genauer hinschaut, dann sieht man, das sind Frauen, die selbst auch sehr tief in der Fitnessszene drin sind. Also, die daten auch Frauen, die selbst dann auch fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gehen würden, regelmäßig ihre Squats machen, ihre Deadlifts machen, teilweise auch schon sehr muskulöse Körper oder für Frauen haben, je nachdem, ob man halt drauf steht oder nicht. Aber das sind halt oft solche Frauen. Und was du verstehen musst, ist, diese Frauen, ja, finden einen Mann mit Sixpack, mit einem durchtrainierten Körper, mit wenig Körperfett, mit einem Bodybuilderkörper sehr attraktiv. Aber, das liegt auch daran, dass sie in dieser Szene drin sind. Sie sind halt sehr, sehr tief drin im Thema. Und dann finden sie einen Mann, der sehr weit in dieser Szene ist, halt attraktiv. Nicht nur unbedingt wegen des Sixpacks an sich, wegen der Optik, sondern auch wegen der Leistung, die dieser Mann erbracht hat. Und einfach, weil er einen hohen Status in dieser Szene hat. Er ist halt der Typ, der sehr erfolgreich ist im Bodybuilding. Und das finden Frauen attraktiv. Und was du jetzt verstehen musst, ist, es gibt ja nicht nur Frauen, die in der Fitnessszene drin sind. Und wahrscheinlich willst du gar keine Frau, die irgendwie jeden Tag ihre Kalorien wiegt und fünfmal, sechsmal die Woche jeden Abend im Fitnessstudio verbringen will und keine Zeit hat neben der Arbeit für eine Beziehung. Sondern du bist eine Frau, die vielleicht irgendwie ein bisschen normalere Hobbys hat. Und was ich dann sagen will, ist, nicht jede Frau ist in der Fitnessszene. Es gibt so viele unterschiedliche Szenen. Es gibt Beispiele, ich mach dir mal ein Beispiel. Wenn eine Frau, angenommen eine Frau, ist sehr naturwissenschaftlich interessiert. Und sie wäre, sie promoviert gerade, sie ist gerade voll tief drin in irgendeinem Thema, in irgendeinem physikalischen, chemischen Thema drin. Wenn sie in dieser Szene ist, der Naturwissenschaftler, dann würde sie einen Typen, der sehr erfolgreich ist in dieser Szene, attraktiver finden als ein Mann mit Sixpack. Konkret würde sie einen Typen, der vielleicht aussieht wie Sheldon Cooper, aber halt richtig erfolgreich ist in der Szene, in der sie drin ist, attraktiver finden als einen Bodybuilder. Und einen Bodybuilder würde sie dann vielleicht hohl finden. Oder ein anderes Beispiel, wenn eine Frau, keine Ahnung, in der Szene ist, dass sie viel gerne Theater macht. Und halt auch so Interesse an Film hat, an Ton, an all diese Themen. Kann es sein, dass sie dann irgendwie in ihrem Theaterkurs irgendwie so einen Hobbyregisseur kennt, der einen Bierbauch hat, der Haarausfall hat. Aber weil sie halt drin ist in dieser Szene und halt dann diesen Typen so interessant findet mit seiner Kunst, ihn plötzlich richtig heiß findet und hundertmal heißer findet als einen Typen, der einen Sixpack hat. Du musst halt verstehen, ein Sixpack-Typ datet halt oft auch Frauen, die in dieser Fitnessszene drin sind. Und was du ja haben willst, ist Erfolg unabhängig von der Szene, in der in der Frau drin ist. Du willst einfach Erfolg bei einer Frau, die vielleicht die Natur verbunden ist, die im Leben steht, mit der du eine erfüllte Beziehung führen kannst. Und für die allermeisten Frauen, die in diese Kategorie fallen, die sind nicht in dieser Fitnessszene drin. Und da gibt es viel, viel andere, viel, viel wichtigere Sachen. So eine Frau, die du wahrscheinlich willst, ist zum Beispiel eine Frau, die eher einen Mann anziehen findet, der einen guten Kleidungsstil hat, einen ganz besonderen Kleidungsstil, als dass er jetzt ein Sixpack hat. Oder einen Mann, mit dem sie sich halt wirklich auf Augenhöhe unterhalten kann, der was in der Birne hat, der auch sie zum Lachen bringen kann, der mit ihr auch mal ein schönes Gespräch haben kann, ein interessantes Gespräch, der sie auch mal necken kann, der auch mal sein Interesse zeigen kann. Das sind alle so Sachen, die viel, viel wichtiger sind. Also ein gewisses Charisma gepaart mit einem guten Kleidungsstil ist bei den allermeisten Frauen viel, viel effektiver. Und jetzt kommen wir auch zum letzten Punkt. Die meisten Männer haben das halt nicht. Die haben keinen guten Kleidungsstil, die können nicht gut mit Frauen reden. Und wenn das nicht da ist, ist es dann klar, dass Frauen halt gucken, okay, was hat denn dieser Mann noch? Du musst halt verstehen, wenn ein Mann, der kein Charisma hat, kein Selbstvertrauen, und dann halt zumindest aber ein Sixpack hat, mit dem er pumpen kann, ja, dann werden ihn Frauen halt für dieses Sixpack ganz gut finden, aber halt nur, weil es eine Abwesenheit von den anderen attraktiven Eigenschaften gibt, sprich Charisma und Selbstvertrauen. Wenn du aber Charisma und Selbstvertrauen hast, und jetzt kannst du, wie gesagt, lernen, ohne dich zu verstellen dafür, dann brauchst du die ganzen anderen Sachen nicht. Frauen finden so Sachen wie einen guten Körper interessant, wenn halt ein Typ sonst halt nichts zu bieten hat, charakterlich. Und das ist eine Sache, die du in der Hinsicht bedenken musst. Und das ist auch meine Meinung zu diesem ganzen Thema. Und vielleicht hat dir das geholfen, ein bisschen differenzierter auf dieses ganze Körperwahn-Thema, auf Thema Sixpack und Fitness zu schauen.